Bereit? Los! Ende! Bereit? Los! Gute! Auspielen! Es ist ein starkes Kuss! Ist das diese Kuss? Das ist das die Kuss! Oh meinst du es sich hierher Athena? Ja. Oh meinst du zuerst! Das ist das, was bringt. Selten, nicht nur, Doppeln! Ja, das ist das! Setz mich zum Kuss! Tandere, nicht nur die Kuss! Opa, nichts! Was ist das denn? Es tut mir um die Kuss! Ich bin eine Kuss! Was ist das? Ja! Ende! Bereit? Los! Vergiss nicht gleichmäßig zu... Jetzt! Arme meine Bewegungen nach, während wir an dieser Position arbeiten. Fühlst du die Anspannung in der Taille? Kehre nun zur Ausgangsposition zurück. Ende! Bereit? Los! Ja! 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 Ende! Ja! T Discovery ist drabmas Kpeesch! Ja! Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Bereit? Los! Jetzt haben wir deine Koordination. Ende! Los! Not so eine Komm. Das war's für heute. Jetzt ist es strecken an ihm. Ich bin jetzt nicht ausgewählt, aber ich finde es gut. Ich bin jetzt für mich, dass ich jetzt hier die Anfängerung vorgeheben bin. Ich bin jetzt sicher, dass wir die Anfängerung im Talen sind. Ich bin jetzt nicht ein Wettbewerb, aber ich habe die Anfängerung. Das ist natürlich auch schon. Wir müssen dann auch wieder anwenden Wettbewerb kommen. Das ist überhaupt nicht so. Ich bin jetzt nicht so, dass ich mich hier nicht mehr so will. Das ist einfach so. Ich bin jetzt anwenden Wettbewerb, weil ich das nicht so will. Ender, fortsetzen! Jetzt ist Stretching angesagt. Dehne deine Schultern. Wow, unglaublich! Ender, fortsetzen! Endergebnis! Ender, fortsetzen!